Guten Morgen, ihr Flaschen! Gehen Sie, ihr Flaschen! so henry du elendige wurm auf geht's ihr roten mission 800.000 läuft genau jetzt an mein freund man beachte den ich habe gestern abend dann hin geschafft mich genau auf 7 95 zu stellen und heute wird gespielt 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 das ist die gute nachricht die schlechte nachricht wir sind dann gestern wie zu erwarten aus der silbergruppe raus geflogen ja das heißt wir sind jetzt der bodensatz von trovo insofern stellt sich jetzt auch eine gewisse leck mich am arsch einstellung ein weil warum soll ich mich da jetzt noch verrückt machen ne da können wir uns jetzt auch ganz gemütlich zurücklegen deswegen mache ich mich jetzt überhaupt nicht mehr mache ich mir keinen harten von wegen da stress machen mit viel stream endlos stream stunde zuschauer und was das ist was das ist jetzt alles passé auf trovo hat sich auch jetzt die nicht leck mich am arsch einstellung aber doch eine andere einstellung der ganzen materie gegenüber in zahlen wirkt das so aus henry dass ich mit gold war ich ja knapp an 1000 us dollar dann bin ich runter gesagt zu silber das hat dann nur noch nur noch ein haufen geld das hat dann 800 statt 1000 oder statt 1100 was auch schon immer noch eine ganze menge holz ist aber der der unterschied jetzt ist richtig krass 100.000 dollar sind im bronze pool und den teilen sich die leute die da reinkommen und das waren im januar man halte sich fest 908 leute das heißt für jeden blieben knapp 100 us dollar abzüglich der ganzen kosten ist das so wie wenn du ein gut funktionierender afi auf twitch bist krasser unterschied oder innerhalb von zwei monaten von gold runtergesackt auf bronze also back to the roots was jetzt aber jetzt ist ärgerlich gebe ich zu werden nimmt das geld nicht mit definitiv aber deswegen spiele ich ja trotzdem und wenn ich spiele stream ich hat sich also nichts daran geändert es gibt halt weniger baos für mich war das sowieso nicht eingeplant unerwartet wie soll ich sagen ich bin ja kein top streamer ich bin ja nur ein kleines blödes lichtchen das hier das hier rum schwattert natürlich ist es ärgerlich wer ich werde ich würde ich lügen wenn ich sagt es wird mich nicht berühren das hat mich schon berührt gestern aber das leben geht weiter ich habe das geld mir komplett auf die seite gelegt insofern alles gut na es war nicht der bonus und bonus denn ich auf anderen plattform nie erreicht hätte so hier habe ich halt noch den vorteil oder hier habe ich ja den vorteil dass ihr alle mit da seid auch wenn wir nicht weiter wachsen aber wir haben eine gute community und die leute können mich subscriben das ist ja schon mal ein kleiner oplus der jeden monat dazu kommt und das das ist ja das wichtigste solange wir nicht gezwungen sind nur auf twitch zu streamen das wäre echt also dann würde ich wirklich überlegen ob ich weitermache dass ich finde das habe das gestern wieder bei der sandy gesehen ich finde es furchtbar der zukunftsfahrplan wird dann so aussehen dass es bleibt wie gehabt twitch youtube läuft verschwiegen im vordergrund und trovo und wenn glimmisch dazu kommt werde ich mich hauptsächlich auf glimmisch konzentrieren und das haben wir mal zu gleichen teilen habe ja hier dieses highspeed tablet vom laxi und da habe ich ja dann weiterhin twitch und trovo chat drauf und im vordergrund werde ich dann glimmisch laufen lassen aber trovo das fallen zu lassen wäre doof aus dem sinne weil das habe ich ja auch dem dem dingens gesagt wie heißt ja irgendwas mit blitz blitz nenne ich nicht blitzbulle der andere ein hunder der haben und ein hunder der nicht haben also ich weiß das schon zu schätzen egal ob es jetzt hundert oder tausend sind das ist geld hallo das ist geld und warum sollte man geld ablehnen klar ist hunder der weniger wie ein tausender das ist mal de facto so aber warum sollte ich auf den hunder der verzichten die die geld stinkt nicht so sieht es aus und die 1500 watch stunden die erreiche ich sowieso locker selbst wenn ich jetzt wenn ich jetzt unter zehn leute habe am tag die zugucken ich mache ungefähr an schlechten tagen oder durchschnittstagen 100 watch time am tag ja das heißt das sind am end vom monat 3000 also die 1500 das nehme ich auf jeden fall noch eine zeit lang mit wenn es mal irgendwann nicht mehr geht und wirft nichts mehr ab dann ist das was anderes dann können wir vielleicht sagen hey scheiß drauf dann lassen wir trovo halt fallen so weh es tut weil ich würde gern sehen dass die plattform steigt aber ich sehe im moment nicht die richtigen ansätze insofern müssen wir mal gucken guten morgen alexander du alter sack guten morgen kai also spiele sind zurechtgelegt heute gibt es eine menge zu zocken hoffe ich mal kurz den penis richtig hinlegen hatte ich nach links verzogen der kleine limmel na komm raus so kann ich nicht sitzen wenn der mir links in den ransen drückt ihr wisst wie es ist ja sehr froh sehr froh eine muss ja henry an diesen an dieser stelle noch mal großen dank an alle dass unsere wirtschaft zur aufrechte hältst so dann gucke ich mal ob ich vergessen habe die kaffeemaschine anzumachen wovon ich ausgehe ja es langt ja wenn ich dich unterhalten kann henry langt ja wenn ich dich gut unterhalt auch wenn jemand ja ja so ja ja ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hast du mitgekriegt, Lachsert? Vielen Dank. Wir sind jetzt der Bodensatz. Welcome Bronze. Deswegen habe ich auch Trovo 500 oben rausgenommen. Das war das Einkommen. Ja, also springen, beschwören LBLT zum Brunnen an sich, Thorsten. Oh, eine kleine Mieter. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Ich muss erst mal gucken, ob wie der Ton ist und ob das verschissene OBS hält. Achso, ich muss TTS umstellen, warte. Ja, Geilo. Meine meinst du, meine meinst du jetzt? Geilo. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen, Mietz. Super. Chapter 1. Chapter 1. The magic amulet must be found before the birds sing dawn's sweet sound. Ne, angewiesen nicht, aber es ist ein netter Bonus, Lachs, was ich meine. Hast du gesehen, Lachs? Ich habe gestern deinen... Deswegen hebe ich mir so manche Spiele auf. Das Star Wars habe ich gebraucht, damit ich mich glatt auf die 795 stellen konnte. Hatte mir das sehr geholfen gestern Abend. So, vor der Dämmerung musst du es besorgen, das magische Amulett, das da liegt, verborgen. In einer tiefschwarzen Nacht durchwanderte eine kleine Prinzessin einen tiefschwarzen Dungeon. Finde den Schlüssel mit grünen Scheinen, dann lässt sich da auch das Portal herein. Deine war mal leider ausgekauft. Naja, vielleicht kümmert sich der Opa ja drum. Der hängt doch den ganzen Tag an Amazon und so rum. Der kennt doch die Angebote. Aber ne, Quatsch, Spaß beiseite. Ich habe ja den Bot, hatte ich euch ja verlinkt und wenn wirklich einer eine braucht. Gestern, vorgestern war tatsächlich bei dir in der Nähe dann eine, aber ihr hattet ja eure schon. Leipzig im Saturn oder Expert? Leipzig war es, glaube ich, irgendwo im Osten. Ne, die haben doch jetzt, sind doch eingedeckt, Kai. Die Mieze hat doch eine Series X, sie hat sie schon gekriegt und der Michael hat sich eine Series X bestellt. Mieze Series S und der Michael eine Series S. Die Mieze eine Series S und der Michael eine Series X. So, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, bin ich voll oder was? Sind das schon rumgelachse? Wo du findest, tief in den Höhlen es liegt, doch verschwindet keine Zeit, denn die Zeit, ja, die fliegt. Ja, das kleine Mädchen war eine Prinzessin, die Prinzessin, und sie suchte nach einem Schatz, dem Schatz. Ist ja schon fast 10, da kann man ruhig mal voll sein. Ja, ne? Das war jetzt aber keine Anspielung auf den Alex, ne? Da muss ich den Alex jetzt auch mal, muss ich mich mal schützend hinter ihn stellen, ne? Jetzt lassen Alex mal sein Bierchen am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Der Inhalt der Truhe sich nur dem offenbart, der den Schlüssel bei sich trägt in seiner Farb. Finde ich jetzt nicht toll, also... Arme Lachs, ne? Dann ruhig mal ein Bierchen trinken. Heute haben wir volles Programm, ihr Lieben. Nur mal so, was heute ansteht. Heute steht an, Call of C, Kato, Bard's Tale und Dark Souls. Und das, was wir jetzt spielen. Die wollen wir alle spielen, damit wir genau auf die 8000 kommen. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch, dass meine Milchmädchenrechnung aufgeht. Hm, toll. Kai und ich haben eine normale... Der Cobra Kai, der braucht aber auch eine Xbox für Kaichen, ne? Gibt es extra eine Aktion? Könnt dem Kaichen ruhig mal... Auch was Gutes tun, ne? In the dreams. Dann sollten wir dir mal helfen, Alexander. Aber saufen... Der Mund funktioniert noch. Saufen kannst du, oder? Hier, vielleicht hilft dir das ein bisschen. Hörst du jetzt so ein leichtes Klingeln? Ja, genau. Ich hätte gerne einen kleineren Penis. Meiner ist so lang. Was ist denn jetzt so? Hat der Bot irgendwie... Hat der Bot am Alex seinen Kaffee genascht? Ist ja auch schon wieder stramm. Irgendwo in Träumen. Der Atem des Todes bringt ewige Nacht. Doch du bist immun, hast endlose Macht. Wie schrecklich es doch ist, so klein zu sein, ne Miez. Oh, wenn du doch nur unverwundbar wärst. Dann könntest du jeden Angriff spielend überstehen. Vielleicht gibt es tatsächlich Träume, die wahr werden können. Kampf Mieze 06, sagt der Schleift, so auf dem Boden oder wolle. Ja, es geht so aufs Kreuz. Ah, es geht so aufs Kreuz. Ja, es geht so aufs Kreuz. Ach so, wollte ich hier gucken. Moment, muss ich gucken. Ich hatte es eigentlich gerade umgestellt. Moment. Ich muss erst auf den PC. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hör nur ich das? Achso, du hast eben gesagt, du hörst es nicht. Oh, du sagst, hörst du das TTS jetzt? Ja, ich habe es bei mir nicht aus, sondern ich höre es nicht. Nein, ich habe es so gemacht, dass ich es, damit ihr kein Echo hört, habe ich es als Ausgabe auf den Fernsehen. Und im Fernsehen habe ich ja nicht den, also ich habe auf den Fernsehen ist mein erweiterter Desktop. Dann kann ich in den Sound-Einstellungen einstellen, wo ich gerne hören möchte, auf meinem Laptop oder auf einer anderen Quelle, sprich dem Fernsehen. Also habe ich es auf den Fernsehen gestellt, da ich aber den Fernsehen ja nutze für die Xbox im Moment, läuft das zwar da, aber ich höre es nicht. Ja, aber ich lese es doch, ich sehe es doch, ich sehe es doch. Ich sehe es doch, ich sehe es doch den Chat, Kai. Den Chat kriege ich so die meisten, die letzten 10 Zeilen ungefähr mit. 10, 20. Ich sehe es ja im Chat, wenn jemand ein TTS schickt. Deswegen muss ich es nicht unbedingt hören, so ist es eigentlich ganz gut gelöst. Ja, das auf jeden Fall, die Benzine, dann musste Lack sein Ding auch umstellen, ist nichts mehr mit, von wegen Dieselrolli. Ja, das war ich nicht. auch gerne mal dem spx ein follow da lassen der ist noch am aufbauen der freut sich bestimmt auch wenn er das ein oder andere follow abkriegt macht einen netten eindruck ja ich weiß henriksson das machen sie alle am anfang deswegen lade ich jetzt auch nicht mehr direkt in schnitzel ein weil man sieht ja was aus jesse jill betrayal tabel und wie sie alle heißen gewonnen ist die erste woche sind sie alle nett und dann trennt sich breu vom weizen aber deswegen sie mir ja nicht voreingenommen und helfen trotzdem ich bin ja oder versuche nett zu meinen mitmenschen zu sein auch wenn sich dann später als falsche investitionen oder sagen wir mal als dass die leute in anderen weg gehen ist ja auch nicht schlimm genau jeder jack ist anders so sieht es aus und jeder kriegt eine chance von mir also fast jeder bis auf den freigeist der freigeist kann mich von vornherein immer am arsch lecken es wird zeit dich zu sputen du unsterbliches blaublut und die prinzessin zu finden bevor die verschwindung der mut der andere held unserer geschichte ist ein prinz unsterblicher prinz um genau zu sein sobald dieser vernahm dass die prinzessin des nachbarkönigs reichs in den tiefen dunklen dungeons verloren gegangen war war er sofort auch mehr hilfe zu allen prinzessin werden geboren um prinzessin zu retten so funktioniert die welt nun mal mehr eben naja aber hier hält sich ja hier hält sich ja relativ in grenzen oder henry ich meine die die hier abhängen die die hier abhängen da kommt mir eigentlich gut damit klar oh bitte hilf mir du edelseele ohne mein bogen ich mich nur sinnlos quäle ja aber hier ganz im ernst hier sind doch kommt doch die meisten gut miteinander aus wenn ich mich hier sehr wohl im gegensatz zu twitch das hast du aber auch nicht in jedem channel das kommt dir vielleicht jetzt hier so vor das hast du auch nicht in jedem channel was ich mein das ist überall anders dass also die erfahrung die masse das macht überall aber es lieb ich weiß dass du meins zum ansatz her ist das lieb gemeint das stimmt auch Wo war denn das Ding da oben? Über den blauen. Life's what you make it. Die eine Community ist so, die andere so. Du wirst auch noch Leute kennenlernen, wo es nicht so viel Spaß macht, wo es anders zugeht. Hier ist halt der Vorteil, dass viele in einem eher gesetzteren Alter sind. Oh, mal kurz Hallo sagen und dann aber hier mal losgelegt mit den Spielen. Gamesco holt sich nicht von alleine mal alles. Zack, zack. Oh, da müssen wir doch mal kurz kontrollieren, wo die Malis überhaupt steht heute. Was hat sie denn gestern gemacht? Komm schon, Baby, beweg deinen Arsch, wenn die Malis am Start ist. Oh, Malis ist wieder weg von Platz 3. Na, das geht ja gar nicht. Guck mal, da hat dich ja bald der Christoph, der Christoph ja eingeholt. Wenn du so weitermachst, hat der Christoph ja dich bald eingeholt. Guck mal, da hat dich noch mal verurschaue. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Nicke mit dem Beat und beweg deinen Arsch. Irgendwo in Träumen, die Zeit, sie fließt. So wie der Sand. Doch nicht nur für dich, wenn du sie hältst in der Hand. Wir haben oft das Gefühl, als hätten wir zu wenig Zeit. Wenn man doch nur die Zeit anhalten, ein wenig nachdenken und sie dann weiterlaufen lassen könnte. An diesem Ort bewegt der Zeitensand sich gemeinsam mit dir Hand in Hand. Nicke mit dem Beat und beweg deinen Arsch. Fühlst du dich betrübt und verloren? Zeitweise führt dich der Schlüssel auf dem Ziel zur Reise. Ah. Da ist dem armen Kai heute bestimmt ganz langweilig, wenn die Malle jetzt die ganze Hausarbeit übernimmt, ne? Wo er doch morgens immer so schön alles sauber macht. Genau, mach mal ein bisschen was. Der Kai will auch mal anfangen zu spielen langsam. Hallo? Achso. Dann wird dem Kai ja gar nicht langweilig heute. Dann hat er ja wieder so viel zu tun, der arme Kai. Ach, können wir mal eine Runde Mitleid haben? Der Kai ist aber auch so fleißig, ne? Kennt keinen, der so fleißig die Hausarbeit macht wie der Kai? Da musst du dir Gamer Go holen. Ach, siehst du, jetzt können wir ja die ganze geile Werbung schalten wieder. Jetzt müssen wir ja gar keinen Rücksicht mehr drauf nehmen. Jetzt können wir ja wieder unsere ganze abgefahrene Werbung schalten. Geil! Warte mal, da gucke ich direkt mal. Ich habe aber noch kein GIF erstellt, aber wir können... Also ich habe zur Auswahl... YouPorn, GameMegu... Warte mal, wo hatte ich denn das? Ähm... Creative Banners... Logos... DuRex... 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 Lass mal gucken... DuRex... Nupon... DuRex habe ich, YouPorn habe ich... Irgendwo hatte ich doch noch... Nivea Man, Nivea Man, ist auch gern gesehen. Jäger Meister, Kleenex, Kleenex natürlich. Warte mal, ich gucke mal, wie wir das einbinden können. Kleenex ist ganz gut. Jäger, das kennt aber keiner von den Deutschen. Jupporn? Okay. Lass mal gucken, wie ich ein GIF da draus zauber. Kleenex, YouPorn, und was wollte ich noch nehmen? DuRex... 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 Löst Allergien aus, echt, so, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da ein Gift draus mache, wie war denn das? Ah, ne, ich muss, ähm, ich muss sie erst in dieselbe Größe machen, okay, das mache ich dann heute Abend. Ja, bei Jupon finde ich Kleenex und Durex ist okay, Jupon finde ich jetzt nicht so prickelnd. Hat noch jemand Ideen? Bis dahin machen wir mal Durex mit rein. Hatte ich Durex nicht irgendwo? Ähm, wo habe ich einen Durex-Menschen da, ne? Sanfte Größe, Bruder Whisky, genau. Meine Sponsoren bekommen einen neuen Platz, so sieht's aus, Bruder Whisky, hat's direkt erkannt. Das muss ich aber heute, äh, heute Abend mache ich das in Ruhe, will ich jetzt nicht im Stream machen. Muss ich erst, und dann überlege ich mir, wen wir noch als Sponsor mit rein... Haribo hatte ich doch nochmal, oder? Ah, wo hatte ich denn das Haribo-Logo? CD, EFG, Downloads... Haribo hat mir, das weiß ich, wir hatten ja, Duplo hatte ich mal drin, ne? Und Haribo, oder? Hahaha, ja genau, siehste? Produkt Placement nennt mir das. Haribo kommt auf jeden Fall auch mit rein. Das mache ich, ähm, die erstelle ich alle gleich groß. So, ähm, Transparenz kopieren. und dann, nachdem wir das kurz mal bekommen? so stimmt ja tatsächlich so mehr von haribo gesponsort aber vielleicht auch eis.de von dem gleit gel sponsoring muss sein bruder whisky dann solltest du auch spiele von ihnen vorstellen falls vorhanden von durex meinte spiele das macht die miez dann die miez ist doch durex girl in den jahren 20 17 20 18 20 19 gewesen das ist nicht gemusst bruder whisky und die sandy ist das gesicht von eis.de das kalender girl lol ich hole mir mal kaffee so muss ich mehr transparenz reinbringen oder ein bisschen ein bisschen mehr transparenz das ist nicht ganz so krass der kraft noch mal runter auf 70 so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich habe es gesehen. Muss ich nachher gucken, ob es transparent ist. Jetzt wollte der Rass, war das doch mit dem Musik-Channel, oder? Weil ich das gerade sehe. War das nicht der Rass, der unbedingt den Musik-Kanal wollte? Dann kann ich den Musik-Kanal eventuell auch wieder wegmachen, oder? Das nimmt doch eh keiner. Wenn du die Sponsoren bei dir zeigst, müsstest du Twitch jeden Account überprüfen, die wirklich 18 plus und jünger sind. Mein Twitch-Kanal Bruder Whisky steht von Haus aus auf 18 plus. Bruder Whisky, Twitch habe ich von Haus aus, um die Scheiße auf der Plattform zu umgehen, direkt immer auf 18 plus stehen. Dann umgehen wir, dass uns irgendjemand denunziert, was ich meine. Die Problematik haben wir schon schön umgegangen. Aus dem ist ja, dann dürfte ja, das weiß ich nicht, wie ich das verhält, aber dann dürfte man ja auch keine Werbung für zum Beispiel eine Automarke machen, weil man ja auch erst ab 18 Auto fahren darf. Das weiß ich gar nicht, wie das ist. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Wäre mal interessant zu wissen. Also ich glaube, Product Placement hat nichts mit dem Alter zu tun, oder? Ich weiß es nicht, also ich will da nichts Falsches sagen. Ich habe schon noch nie Gedanken drüber gemacht. Hier gibt es keine Tierchen, weder zahm noch dreist, denn im Dunkeln, da wartet ein spukender Geist. Großvater der Prinzessin oft gesagt, sie solle keine Angst vor dem Unglück haben. Denn ohne Unglück gibt es keinen Erfolg und alles ist grau. Er hatte ein erfülltes Leben, wenn auch ein kurzes. Das Spiel kommt raus. Der hatte mir das freundlicherweise gestern geschickt, der gute Mann, der das programmiert hat. Das ist also ein Ein-Mann-Studio. Das Spiel kommt raus, sehen wir gleich. Am... Steht gar kein Datum, ne? Neunzehntenzwoten. Am neunzehntenzweiten. Das ist von dem Maxi Nurev. Das ist ein Russe. Und ist ein Plattformer mit Wumms, Explosionen und Zerstörung. Wird Kosten, Stand an Preis? Ne. Denke ich mal, da das ein Freund ist von dem Xilion. Der hat uns empfohlen. Wie geil ist das denn, oder? Der hat mich gestern angeschrieben und hat gesagt, du wurdest mir empfohlen von dem und dem. Magst du das Spiel spielen? Das ist doch mal geil, oder? X für alle. . Hmm. 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 Ja, das sind kleine, kleine Plattformen. Ups. Wo kann man denn da hoch? Rote Schlüssel. Hmm. Goldener Schlüssel. Shit. War da nicht oben noch was? Was? Ich gues da. Versuchte der Schicksal Unseren Prinzen zu binden Denn er versuchte vergebens Konnt kein Eingang finden Ein altes Kobold Sprichwort besagt Halte deine Ausrüstung nah bei dir Aber deine Freunde Diese begehen Möglichst fern von dir Auf deiner Suche Entfernte sich unsterbliche Prinz Weiter und entfernte von seinem Zuhause Wir könnten natürlich auch Die ganze Werbung links ans Ende Klaschen Ist vielleicht gar nicht schlecht Warte mal Dann gucke ich jetzt gerade mal Ob das Ding von der Midecars Transparent ist Nee JPEG meets JPEG ist nie transparent Ich gucke aber gerade mal Ich glaube tatsächlich das hatte ich sogar schon mal gesucht Ich will gerade noch was probieren Das ist so gut, dass man mich sieht Ich gucke das genau gleich drauf ist Ich gucke das hin So könnte ich es mal haben Haribo, Durex Ich mache das heute Abend Haribo, Durex Dann kann ich vielleicht das andere wieder einblenden Das geile ist jetzt brauche ich ja wieder auf gar nichts mehr Rücksicht nehmen Das gefällt mir so gut Das gefällt mir so gut Ich will dekopieren 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 Versuchte das Schicksal Weiter zu mir nach Hause Ja Ja aber das hat mit dem Overlay Ich muss die Bilder neu erstellen Das heißt ich muss eine Größe neu erstellen Und wenn ich die Größe erstellt habe Dann tue ich sie im Prinzip zusammen Zusammenfügen als GIF Dafür muss ich erst die ganzen Bilder neu Neue Größe rein machen Da fange ich jetzt nicht mit an Da muss ich meine Grafikprogramme aufrufen und so weiter Aber hey So geht es ja erstmal Das ist ja schnell gemacht Jetzt bin ich wieder Dann bin ich ichzedem Dad Ich liebe es ja Ich habe die Bedeutung Das ist ja schnell gemacht Das ist ja schnell geschafft Das ist ja schnell Sehr gut Das ist ja schnell Da oben scheint irgendwo ein Herz zu sein. Da. Da. Bitte Hilfe, mein Speer kann mir abhanden. Du musst ihn finden, sonst werde ich hier versanden. Oh mein Gott, da haut er aber mal einen Reim raus. Hmm. 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 Also. Hmm. Huh. есть contro天rend. Da ist die Speer. Batzenhunderte! Blau. Ähm, arbeiten tue ich dran heute, beziehungsweise morgen, das kommt drauf an, wie locker ich durchspiele, aber ich sehe jetzt schon, dass ich wahrscheinlich viel zu viel Zeit brauche, ähm, jetzt erstmal auf die 800.000 und dann, wenn ich eigentlich einen Schnitt von 20 im Monat habe, müsste das hinhauen. Das blinkenrote Augen ist ein schreckliches Zeichen, doch rennst du schnell weg, wird deine Angst schon weichen. Jemand, der nie herabgestiegen, nie gefallen ist, wird nie hinaufsteigen, sich nie erheben, nach Valhalla gehen, zu dem großen Henriksson. Das waren die letzten Worte meines Großvaters, bevor er selbst den Dungeon des Kobold-Königs betrat. Oh nein, großer Herrscher! Ähm, ich wollte mal gucken. Alter, der erstellt seit anderthalb Stunden ein kleines Highlight. Wie geht dann das? Das war gestern Abend schon, ich muss hier Highlights erstellen. Jetzt hat der Kai da wieder... TikTok. Das ist wirklich ein Freak. Jetzt am TikTok. Oh, der Lachs! Oh ja, geil! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Das ist ja wirklich toll verarbeitet. Das ist ja wirklich toll verarbeitet. Geplant ist es auf jeden Fall, Bruder Whisky. Automechaniker, geil, oh! Gönn dir, Bruder, gönn dir! Da! Deshalb ist es dir! Ja, Alter, når du Turnier spielstrainer, du Textnere dashapsgar! Das ist doch solstrahiver etwas schlechter. Und du Textnere inspiriert, okay? aufás. Und du hanger. Sollen Sieない unseren튼 настроier, das ist ja wirklich toll veritsuchen. Auf jeden Fall. Wiet ihr schonmalcient gains nach... Untertitelung. BR 2018 Wir wissen noch, wie der andere, wie hieß der, der Bi, nicht Betrayal, der andere Clown, der gemeint hat, ich wäre, ich wäre, ich wäre, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie er mich genannt hat, ne? E-Bro, 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 E-Bro. Der gemeint hat, ich wäre, nicht, wie, wie hat er mich bezeichnet? Auf jeden Fall, guck mal, was da auf der Startseite ist. Hellwach TV. Weih, 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 weih. Manchmal musst du den Sprung nach unten wagen, dir wird nichts geschehen. Fürs Festhalten kannst du auch noch ein bisschen was machen. Manchmal direkt an die Kante drücken, erneut abwärts, um dich fallen zu lassen. Okay. Okay. Soll ich gehen? Okay. 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 Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Da oben muss das sein. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Von der Seite komme ich nicht dran. Doch. Ah, ja. 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 Das ist ja Witzig. Wir hatten gestern noch mal gesagt, dass er viel Gartenarbeit macht. Das ist ja geil. Mega, das musst du dir mal angucken mit. Mega. Das ist ja geil. 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 Mann! Das ist ja geil. 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 Das ist geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist also geil. Hats Es hat sich verlaufen, das war es, was ihn störte. Denn wusste Prinz, dass er hierher nicht gehörte. Obwohl er alles versuchte, gelang es dem unsterblichen Prinzen nicht, den Angang in den versuchten Dunkeln zu finden. Aber er war eigensinnig und wusste genau, manchmal musste man einfach mit dem Kopf durch die Wand. Einigen Plattformen muss man Anschluss geben. Zieh den Hebel, damit sie sich bewegen. Zieh mal am Hebel, Mietz. Ich sag Mietze, das war ganz weit vorn und wir stoßen ins Horn, wenn du weißt, was ich meine. Wer nicht verloren? Ich sag Mietze, das war ganz leicht. Ich sag Mietze, mir geht zum Beispiel, ich habe ihn in Heiligen pen. Ich sag Mietze, dass ich mich verletze, Das war's zurück, dass O named moisturne ist. Hmm. Hmm. Das fehlt aber nicht so weit drüber. Wenn er mich schleudert. Ich muss ja eh erst mal die blaue Kiste finden. Was soll ich mir etwa bedanken? Hmm. Okay. Da. Aber wie sollen wir da? Wie sollen wir denn da hochkommen? Hmm. Ernsthaft? Hallo? Huh. Kein Schimmer. Kein Schimmer, wie ich so da hochkomme. Ich muss das mit dem einen, mit dem einen Pfeil zu tun haben. Ne, wenn er mich im Nahkampf erwischt, glaube ich. Aber dann, das, genau den Schlag meinte ich. Aber dann kann ich nicht hochhüpfen. Na, scheiß drauf. Sobald die Bombe landet, in Sekunden, du musst reagieren. Flieh rasch, willst du Arme und Beine nicht verlieren. Großvater hat immer gesagt, je tiefer du gehst, umso mehr Kobolde wirst du finden und umso mehr Spaß wirst du haben. Von einer feurigen Explosion umgeben, fragt sich kleine Prinzessin, was Großvater wohl unter Spaß besteht. Prinzessin, question Grandpa's definition of fun. Da oben läutet ein Herz auf. Kann ich aber nirgends hochhüpfen. Ich bekomme eine eigene Familie. Aber das geht nicht so. Und sie sind ohne dich. Abonniert wird konnte allgemein sehen. Einer hauptsächlichlegen undicano mit unseren Schalst zu bergen. Sobald die Knochen Plecke und gerne mit der Knochen fest. Und das geht nicht so. Und das geht nicht so. Sobald mich dann mit dem Einfluggeraufen. An spürst mich, das war man hier. Ich 거지 nicht so. Untertitelung. BR 2018 Eieieiei, wenn ich direkt spawnen und gekillt werde, hallo? Ich muss dir erstmal orientieren, wie ich da hochkomme. Böse Bomben. Was zum Enkel? Aua! Was soll das denn? Entschuldigung. Entschuldigung. Hä? Hä? Danke, Mäd. ich glaube ich muss noch nicht mal dahin ich könnte jetzt ist wahrscheinlich jetzt sagt der letzte versuch ich glaube nicht dass ich dahin muss ich könnte jetzt auch eigentlich darüber gehen aber wir geben ja nicht so schnell auf zu viele schlüssel besitzen wie soll so was gehen in zeiten wie diesen kann man nicht genug davon sehen es ist wirklich ermüdend nach diesen schüsseln zu suchen dachte kleine prinzessin wenn ich doch nur viele gleichzeitig finden könnte abrakadabra simsalabim level 5 alter was ist jetzt los sauber miet sauber ehre wem ehre gebührt die alte ordnung ist wieder hergestellt glückwunsch miete zum ersten level 5 geil so 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 Untertitelung. BR 2018 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 Da komme ich nicht runter. Untertitelung. BR 2018 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 Ah ne, da oben durch, ne? Das Herz holen. Jetzt ist nur die Frage, wo war der Ausgang? Rechts oder links? Hä, wo ist denn der Ausgang? Rechts vielleicht? Ja, rechts, ne? Da, rechts. Wenn du hörst, ein Heul nimm dich in Acht. Jemand ist ja auf den Fersen, ist stets auf der Wacht. Irgendwo musste kleine Prinzessin, dass sie ihrem Ziel näher kam. Sie hielt den Atem an und konzentrierte sich und sogar die Zeichen ziehen zu stoppen und ihr zuzusehen. Her breath caught in her throat, her mind focused. Time seemed to stop, waiting, watching. Hm. Ja. Ja. Hm. So, let's go. Let's go. Okay, da rüber. Der kleine Teddybär. Hello, Poopsie. There was no choice. 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 Die Unsterblichen fürchten keine Höhlen, egal wie tief, Kilometer oder Ellen, auch nicht jene unter den Wellen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wollte gerade sagen... Eigentlich muss es ja runtergehen, weil da unten... Oder wo waren der... ... 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 Oh, da geht die Xbox aber meschig in die Knie hier. Hahaha, lol. Ist ja auch ganz schön was anzuzeigen, ne? Die zwei Pixelfiguren da, da kann man schon mal arbeiten. Das letzte Amulett war endlich gefunden, doch wird es von seiner Macht entbunden. Obwohl kleine Prinzessin von den Geschichten des Großvaters Stehs fasziniert war, hatte sie ihm nie besonders viel Vertrauen entgegengebracht. Was war, wenn das magische Amulett nicht so funktionieren würde, wie er gesagt hatte? Nein, sie musste ihm einfach glauben, so wie er an sie glaubte. Was habe ich denn die Woche da geguckt auf ARD? Da war der Olaf Schubert. Ewas habe ich gelacht. Mega geil. BWA! Ich würde sagen, da runter. Da, ganz links ist blau. Ganz links ist blau. Du blöde Sau. Alter, ich will doch auf der Kante stehen bleiben. Hallo? Hallo? Hey, da ist der Ausgang. Da ist schon der Ausgang. Okay, dann sind wir hier wohl falsch. Ganz links ist blau. Ähm... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ganz links unten war blau Okay, blau haben wir Da hinten ging es runter zu blau Rechts war der Ausgang Ach, warum rutscht der da jedes Mal von der Kante? Die hören sich an wie die Rabbids Kalt, erschöpft und weniger heidert, fragt Prinz, bin ich gescheitert? Manchmal brauchst du die Hand eines guten Freundes und manchmal musst du dich anderen bedienen, um neue Höhen zu erklimmen. Prinz hat dich nie gesagt, warum du zählen solltest. Ein Kopfsprung Schießt dich in luftige Hülse wie eine Feder, ganz ohne Böe Gib mir Essen bitte, erhöhe doch mein Klagen Hörst du nicht, wie mir knurrt der Magen? Ja, Nadine, ist doch gut Mach mal fein, hab sie Schießt dich in luftige Hülse wie eine Feder, ganz ohne Böe Schießt dich in luftige Hülse wie eine Feder, ganz ohne Böe Alter Das hat gemundet, gab Kraft meinem Leib, jetzt bin ich wieder zu allen Taten bereit Na, das hört man doch gern Blöde Sau Wenn ich jedes Mal erst fünf Sprünge brauche, um dem seinen Kopf zu trennen sieben Ob man auch auf den oben drauf hüpfen kann? Okay. Standhaft zu kämpfen, das ist nicht immer gut. Einen Kampf zu vermeiden, habe dazu den Mut. Die Welt kann ein raues Pflaster sein, ein voreingenommener Ort und jeder hat sich schon einmal gewünscht, einfach verschwinden zu können und andere aus dem Schatten zu beobachten. Unsichtbar. Dafür müsste ich ja erstmal wissen, wo ich überhaupt bin. Hm. Ja! 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 Ah, gar nicht leicht. Ich dachte, ich könnte auf deren Köpfe springen. Okay, anscheinend nicht. Okay, anscheinend. Okay, anscheinend. Und Topsi, viel Spaß beim Party Party machen. Schmecken lassen, liebes Bubzilein. Kleine Prinzessin kann den Morgen schon sehen und die Nacht muss weichen und wird bald gehen. Nicht jede Prinzessin lebt lange genug, bis in einem dunklen Wald die Sonne aufgeht. Doch kleine Prinzessin war keine gewöhnliche Prinzessin. Und die Zeit war ich schon immer gewoben gewesen. Jetzt habe ich aber auch Hunger. Toll, danke, Mieze. Danke, Bubzi, Mieze. Ich sage schon automatisch, Mieze. Okay. Nicht jede Year. Ich classe dich nicht im Ohr imid кар revenues. Ich danke dir. Sozi, lege den Soldaten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, guten Morgen, Kampfmietze, na? Achso, heute ist ja Samstag, heute darfst du ja kein Schläfchen machen, ne? Nachher wächst du den Michael fein. Heute wird's eh sexuell bei den Mietz, ne? Samstag ist immer Sex angesagt. Baden, Sächsen. Der riesige Wald vor Dunkelheit und Mut, hier verliert selbst Helden Hoffnung und Mut. Die Prozessin fand heraus, dass sie jedes Mal Zauber vergaß, wenn sie ein Portal durchquerte, wenn sie doch nur ebenso leicht schlimme Erinnerungen vergessen könnte. Wünschte sie sich, doch hatte nicht die großartig jetzt gesagt, dass schlimme Erinnerungen Geschichten erspannt machten? But then, as Grandpa had always said, bad memories make great stories. Wünschte ich, das ist schmerz. Vielleicht springen die sich ja irgendwie um. Hm. Hm. Keine eile, dass die Zeit in Höhe auf mich verweist, verhalte LB-LTRD, um den Lauf der Zeit wieder zu normalisieren. Da, ich kann dich nicht nur das, Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Kampffmietze 06 sagt heute gibt es Folienforelle sabberndes Gesicht num 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 ja geil gönnt ihr mit Kampffmietze 07 Chapter 23 contaminated Kampffmietze 07 Etab Vielen Dank. Creator Studio Update the Personal Views option has been added to the Content column. Multi-language display optimization on the Creator Studio Stream Analytics. Okay. So. Kaffee holen. Kaffee und dann geht es weiter. Kaffee holen. 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 Vielen Dank. 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 Der Schnitzel. Guck mal. Wer ist da. Okay. 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 Das sind aber... Genau. Okay. 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 noch irgendwie... Okay. 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 ... Na, bleibt drauf stehen, verdammt, wo ist der Schlüssel? Wir haben einen silbernen Schlüssel. Ne, ähm, bewusst nicht drauf, weil ich kein Steam weiter nutze, spiele nicht auf PC, unperfekt. Entschuldigung, ich bin reiner Consolero. Einfach schon braun. Also alle Spiele, die ich streame und spiele, alle Games, die ich spiele und streame, sind wirklich, ähm, ist alles Konsole. Wo ist denn der Scheiß? Irgendwo muss eine Kiste sein. Ich bin einig. Wieso hüpfe ich nicht mehr? Weil der Hammer zu schwer ist, lol. Sehr schön. Ist voll easy und perfekt. Wie gesagt, ich hab's vorhin angefangen, ich bin jetzt knapp über eine Stunde dabei, aber siehst du, Essenspause und hin und her. Also bisher ist kein Missable. Und es fehlt, glaube ich, nur noch ein Achievement. Und das wird jetzt der Stab sein und dann sind wir auch schon durch. Ich mag halt so Pixelspiele sehr und supporte viele Indie-Studios. Und das ist der Stab. Und das ist der Stab. Und das ist der Stab. Monster Sanctuary sagt mir jetzt nichts. Sparklight habe ich glaube ich gespielt, müsste ich gucken. Aber ich denke mal du bist PC-Spieler. Ich meinte das wäre PC. Also das hier ist echt easy. Completely straight forward. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts zu, wieso geht der denn nicht tot? Überhaupt kein Missable. Okay, warum geht der tot und der andere geht nicht tot? Das muss ja hier durchgehen eigentlich. Du hast das Spiel schon gespielt? Echt? Ich war der Erste der den Key gekriegt hat. Woher weiß denn das Excel? Krass. Kam der schon auf PC raus? Ja, Follow Alert gibt es auch. Das wäre tatsächlich jetzt in der ganzen Zeit der Erste Geheimgang. In dem Spiel gibt es nämlich eigentlich keine Geheimgänge. So, jetzt sind wir vorbei. Ups. Hahaha, das war jetzt... Ähm... Ach ne, so hoch? Es gibt keine Geheimgänge in dem Spiel. Das dachte ich auch am Anfang Excel und bin da alles am Rand lang gelaufen wie ein Beklopter. Game Complete. Ich bin also am Rand lang gelaufen, weil es bietet sich ja... Ne, die Gegner nehmen komischerweise keinen Schaden und wir auch nicht. Es ist irgendwie komisch gemacht. Ne, ich habe auch am Anfang gedacht, weil sowas wie jetzt hier unter uns bietet sich ja an, ne? Also alle, alle Items liegen offen rum. Du hast keinerlei Geheimgänge. Naja doch, oft hast es ja... Ähm, haben wir keinen Discord. Und perfekt. Ich bin nicht so der Social Media Typ. So. Hallo Arthos, hallo Sotra. Dann haben wir das erste für heute fertig und sind dann bei 7,96, ja? Genau, of course. Perfekt. Perfekt. Heute ist nämlich die Mission 800.000. So, dann können wir hier Beschriftung hinzufügen. Aber normalerweise weiß der Excel sowas. Muss ich ihn jetzt verteidigen, weil er ist also der krasseste Gamer. Ähm, wenn eine E-Mail-Bild in einer Auszahlung ansteht. Nein. Trovo 500, bekommst du einen Invite, wenn du es gepackt hast oder nicht. Beziehungsweise jetzt haben sie es so gemacht, dass du in deinem, in deinem Creator Dashboard eine Benachrichtigung siehst. Und die Auszahlung als solches, ich hab mich zum Beispiel noch nie auszahlen lassen und lass das alles auflaufen. Die Auszahlung als solches initialisierst du. Also wenn die ansteht, das entscheidest ja du. Du bekommst eine Bestätigung, wenn du etwas auszahlen lassen möchtest. Sprich auf dein Konto oder auf dein PayPal, je nachdem was du verknüpft hast. Aber nach 45 Tagen, also wenn du es geschafft hast, dann siehst du in deinem Creator Dashboard steht dann Pending Payments. Und dann siehst du, ob sie im Prinzip deinem Konto gutgeschrieben wurden. Also das funktioniert hier ein bisschen anders. Du bekommst das nicht ausgezahlt, sondern das wird deinem Konto gutgeschrieben. Und dann kannst du als User entscheiden, ob du das ausgezahlt haben möchtest und wann. Ist also ein bisschen anders gemacht hier. Wenn man genügend Edelsteine hat. Genau, wenn du genügend Gems hast, dann kannst du es auszahlen lassen, richtig. So. Tolles Spiel. Wir gucken es nochmal im Store. Hat mir sehr gut gefallen. Danke nochmal an den Developer für das zur Verfügung stellen. Das Spiel als Soldiers kommt raus am 19.02. Da dieser Maxim Nuriev ist ein Russe. Das ist ein Freund von dem Xyliton. Xyliton kennt man von den anderen Games, die dem letzten auf 3000 Gamers hochgehoben wurden. wird sich wahrscheinlich dann auch um die 4, 3, 4, 5 Euro bewerben. Dann werde ich wohl nie auf 5000 Edelsteine kommen. Naja, das ist aber, dann müsstest du dich auf Twitch auch fragen. Äh, dann werde ich wohl nie auf die so und so kommen, wenn du von... Du darfst nicht so... Du musst versuchen, optimistischer zu sein. Es läuft ja nicht weg, es läuft dir auf. Sprich, wenn du die Monetarisierung haben möchtest und einträgst und die Leute lassen dir, wie sagst du, Edelsteine da, dann hast du vielleicht dann auch irgendwann 5000 zusammen und kannst sie auszahlen lassen. Weißt du, was ich meine? Die 5000 Edelsteine hat ja nichts mit dem Trovo 500 zu tun. Die Edelsteine kriegst du auch dadurch, dass die Leute... Ähm... Ne, das wäre ja schlimm. Wer sagt denn sowas? Das wäre ja schlimm, wenn das Geld verfällt. Ich glaube gar nicht, dass sie das machen dürfen. Ne. Bei Twitch ist es ja auch so... Ich weiß nicht, wie lange das können die Leute wahrscheinlich besser beantworten, die auf Twitch streamen und dort Affiliate sind. Ähm... Dann wird es ja auch erst ausgezahlt, wenn du eine bestimmte... Summe erreicht hast. Ich glaube, das dürfen die gar nicht machen. Nach europäischem Recht oder wie auch immer. Ich glaube, das dürfen die gar nicht machen. So. Gerade mal Hähnchen waschen und dann geht es weiter. Ja eben, das denke ich auch schon. Eben. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh doch. Das hat jeder, glaub mir, an perfekt. Oh doch. So. So. Nicht? Jetzt wird's kurz, ich muss mal kurz auf den AFK-Stream stellen, weil ich grad was einstellen will. Das dürft ihr nicht sehen. Sollt ihr nicht sehen. Müsst ihr nicht sehen. Also bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Um. Ja. Vielen Dank. 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 So. Hyposphere rebirth. Seit zwei Stunden verarbeitet ist das Highlight von gestern. Alter, nee, seit drei Stunden. Gibt's ja gar nicht. Es kommt mir ziemlich laut vor. Okay. 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 Bats! So fühlt sich Excel also immer. Okay, verstehe. Excel müsst ihr nämlich wissen, der ist richtig krass. Okay, verstehe. Oh, also das ist aber sehr sensibel. Options. Nein, da können wir eigentlich nicht viel. Okay, das verzeiht nicht viel Fehler. Mal gucken, ob ich mit dem D-Pad spielen kann. Nee, ich muss es mit dem Stick spielen. Boah, ist das eine ekelhafte Steuerung. Legomio. Ist das eine ekelhafte Steuerung. Da komme ich überhaupt nicht mit klar. Hmm. 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 Was ist das? Ja... Ne! ne ich bin schon elite deswegen wundere ich mich gerade dass der normale controller eine einstellungsoption hat für die empfindlichkeit das wäre mir neu ich bin mit dem normalen beim elite kannst du es ein bisschen runter stellen ich weiß gar nicht wo meine elite liegt ich spiele immer mit dem mit dem mit dem anderen ich könnte jetzt in elise suchen aber jetzt dann rumzustecken habe ich schon auch keinen bock also auf jeden fall sehr gewöhnungsbedürftig ich habe mir schon ich glaube später ist auch gar nicht so wichtig alles zu sammeln ich habe nur jetzt schon gehört dass wir am anfang diese ganzen nicht coins die anderen dinge sammeln sollen ja deswegen versuche ich auf kurz zu bleiben also ich wollte das eigentlich komplettieren ich habe aber immer noch ein bisschen luft über über freddy spaghetti habe ich etliche fünf er mir aufgehoben und hier habe ich 25er und 70er bei der steuerung wundert mich dass diese rezession nicht sie macht position die ihren filter kriterien entsprechen ok ja die steuerung ist echt also das da merkt man direkt wieder dass das wahrscheinlich eher ein pc spiel ist ich glaube die münzen sind nicht mal das entscheidende so ich ob Ja, ja. Konzellweise. Also man merkt definitiv, dass es eher ein Maus-Keyboard-Spiel ist. Ich habe jetzt aber keinen Bock, alles umzuklemmen. Ja, für dich ein Klacks, ich weiß, Xel, ich weiß. Xel hätte das jetzt schon durch, hallo? Ach, ich bin hart am Nehmen. Es gibt wenig Spiele, wo ich aufgehört habe, die ich nicht geschafft habe. Dann dauert es halt ein bisschen länger, ich habe damit kein Problem. Kann nicht jeder Top sein, hallo? Ja, ich bin hart am Nehmen. Ich bin hart am Nehmen. Ich muss auf jeden Fall ziemlich konzentrieren. Der Xel spielt sowas nebenher auf dem iPhone in der Wanne, hallo? Genau, siehst du, mit verbundenen Augen und nur eine Hand. Der ist also richtig krass. Er hat Cyberpunk auf der härtesten Stufe in 3-4 Stunden durchgespielt. Also wenn du mal richtig krass, dann musst du mal dem Xel folgen. Der ist also der krasseste von allen, die ich kenne. Und ich kenne schon einige Leute. Hallo Elton, Elton! 3 Stunden. Ah, ne 30. Der XL hat den Cyberpunk auf hart schon durch, bevor es überhaupt released wurde. Der XL hatte da schon 1000 Gamerscore, bevor die Spiele überhaupt wussten, ob sie Gamerscore einbauen. So krass ist der XL. Aber ich bin auch schon krass. Ich muss nur mal Fakt eingeben, denn mein Bot bestätigt das gerne. Jo, Basti. So sieht's aus. Siehste, Cobra weiß, was Sache ist. Mir kommt das Spiel so laut vor. Wie ist es denn von der Musik her im Vergleich zur Stimme? Also ich finde das irgendwie gefühlt lauter wie das, was ich eben gespielt hatte. Ja, genau. Der hat schon Gamerscore auf dem Atari gehabt. Da gab's die Xbox noch gar nicht. Hallo? Der XL hatte schon seine ersten 7-8-stelligen Gamerscore gehabt. Hallo? Ist lauter, ne? Kommt mir nämlich schmerksam Fernsehen irgendwie grad. Ich stell's noch ein bisschen runter. Oh, Boopsie. Hallo, Boopsie. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab das gestern Abend schon gehabt. Alles klärchen an Perfekte, auch einen schönen Samstag gewünscht. Bleib stark. Wenn was ist, ruf nicht an. Ich hab das gestern Abend schon gehabt. Da wollte ich ein Highlight erstellen. Und wo ich ins Bett gegangen bin, zwei Stunden später, war das immer noch nicht. Und jetzt wird das Highlight verarbeitet. Gefühlszeit 9 Uhr. Das sind jetzt knapp vier Stunden. Krass, oder? Genau, bis zum nächsten Mal. Der gute Mann, unperfekt. Der gute Mann, unperfekt. Der gute Mann, unperfekt. oder oben sind ja auch leben ach du scheiße ernsthaft options aber ich kann die musik mal ein bisschen leise machen das sind auf jeden fall sehr viele achievements sehr viele da hängen wir noch eine zeit lang dran und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Um, 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 um. Um, 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 um. Ich krieg schon Angstschweiß. Ich hab schon Angstschweiß auf der Stirn. So anstrengend ist das. was zum was zum was war war Du musst doch inzwischen aufgedunsen sein wie eine Wasserleiche, oder? Liegst du noch in der Badewanne? Alter, ja, genau. Oh! Wie viel sollen wir holen? Ja, muss ich, Kai. Ich habe es angefangen. Jetzt ziehe ich es durch. Ich habe jetzt schon Glitschner so Hände. Es sind ja nur noch 80 Level. Ist doch ein Klacks. Bis dahin bin ich ein Wrack. Ich sage es dir. 500 Score, 1.000 Score. 2.000 Score. Ja, das ist Playtime. Bevor sie dir die Bude abfackeln. Die dunkle Murmel nervt wie Sau. Und dann überall Schatten. Das ist so anstrengend für die Augen. Ich sehe es im Stream. Es ist noch schwieriger zu sehen. Es ist auf dem Fernsehen schon schwer zu sehen. Ja, der ist schon Kai, aber ich habe mich ja extra glatt gestellt. Vom Score her, weißt du, weil ich dachte, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so anstrengend ist. Ich habe mich ja extra glatt gestellt und habe mir ein paar Spiele rausgesucht, wo ich davon ausgehe, dass sie nicht so schwer sind. Aber wenn ich jetzt schon sehe, wie lange sich das zieht. Boah, ey, die Kugel. Wie kann man denn eine schwarze Kugel auf schwarzem Grund machen? Was ist denn das für ein Driss? Was ist denn das für ein Driss? Ne, leider nicht. Ich sehe die so schwer. Guck mal, man sieht, wenn man hochhüpft, sieht man überhaupt nicht, wo die Kugel ist, oder? Die verschmilzt komplett mit dem Hintergrund. Toll. Genau, Xels spielt jetzt mit dem Fernseher aus. Und extra die Helligkeit auf Null gestellt. Hallo? Wie ihr schon sagt, was will ihr denn mit dem leichten Kram? Wenn ihr Xels spielt, dann haut ihr den Kontrast voll rein. Hm? Hm. 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 Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, die Frage ist, wenn ich da rübergehe, diesen Sprung nach vorne, das sehe ich ja überhaupt nicht. Excel hat damals die Entwickler angeschrieben, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das Licht hier im Spiel auszustellen, dass er komplett im Dunkeln spielt. So krass ist der Excel. Der Excel blendet die Kugel komplett aus, wenn er das durchspielt. Der macht die nicht weiß, Kai, der macht die transparent. Moment, dass es wenigstens ein bisschen Herausforderung ist. Alter, wie kann man denn so Level machen? Das Spiel ist doch schon schwer genug, wieso muss man das noch so dunkel machen? Okay. Mmh-mmh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hat sie das jetzt hochgestellt? Ja, dann scheiß drauf. Ja, dann scheiß drauf. Ja, dann scheiß drauf. Wie denkst du denn so ein Level-Design aus? Krank, ey. Ja, dann scheiß drauf. Ja, dann scheiß drauf. Ja, dann scheiß drauf. Ich glaube, der brennte Kittel. Ja, das hat der Kumpel schon gesagt, dass ich auf jeden Fall am Anfang die ganzen Münzen sammeln soll, so viel wie es geht, weil das wird nachher echt knackig. Ich finde, dass diese Faktor der Dunkelheit, das finde ich so abartig, die schattend, also das ist mal dermaßen blöd gemacht irgendwie. Ich muss auch gleich mal gucken, was es mit dem Shop auf sich hat, weil man hat so einen Shop. Ich muss mir gleich das Video nochmal angucken. Das Video zu dem Spiel war eine Minute dreißig lang, das gucke ich jetzt gerade nochmal. Da habe ich schon noch gedacht, ey geil, das ist ja cool. So, lass mal gucken. 1 oder 2 Hours, nie im Leben. So, dann kann ich auf jeden Fall noch mal gucken. Ich habe 10,000, und dann kommt die Kittel. Und dann kann ich so ein paar Stunden. Wenn ich euch jetzt wiederholfen, an die Kittel für die Kittel. Und dann kann ich dasgrabe und dann. Also kann ich hier sein, dass sie nicht mit diesen Kittel. Ich habe das so viele Kittelsträger aus, dass ich wiederholfen kann. So, dann kann ich alle auf eine Kittel. Und dann kann ich das nachher, wenn ihr rein steckt. So, wenn ich dann auch mehrere Kittel. Oh ok, dafür ist es Ohja, das Game ist super easy, 100 Löffel Das Game ist super easy Ich weiß jetzt nicht ob das ein Ernst war Ohja, das Game ist super easy Ich weiß noch, als Excel damals in den 70ern seine erste Million Game Escort hatte War glaube ich auch in der Presse, ne, Frankfurter Rundschau Guck, zack, jetzt levelt er hier auch schon Kai Guck mal, jetzt hat der Bot schon Angst vor dem Excel, dass er hier durchmarschiert Ne, ne, ab Level 60 hat er gesagt, Excel Also wir müssen 2000 2000 2000 2000 Münzen Er hat ja gesagt, ab Level 60 Marschiert man schneller durch Weil dann muss man nicht mehr Muss man nicht mehr den ganzen Scheiß aufnehmen, weißt du Wir müssen wohl von diesen Von diesen, ähm Für den Score 2000 Scores Das sind nicht die Münzen, sondern das sind diese Dinge mit dem Mit dem roten Reifchen drumrum Und dann, dann ist es auch leichter Beziehungsweise Dann kann man einfach schneller durchdrücken und durchfliegen Im Moment, das hat der Dings auch zu mir gesagt Ich soll auf jeden Fall am Anfang die Münzen und alles mitnehmen Weil nachher wird es schwieriger Und dann kann man einfach Wo sehe ich denn, wie viel von denen? Ah, da oben, 743, jetzt sehe ich es. Okay. Also für meine armen Äuglein ist das echt ganz schön anstrengend, das Spiel, muss ich jetzt mal so sagen. Hm. 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 Er hat gestern ein Update gemacht zur Info auf den Bot und hat jetzt diesen Random Faktor wohl rausgenommen, Kai Ja, der Kai hatte halt Glück, also am Anfang war der der den Bot gemacht hat, der hat es halt so gemacht, dass die Punkte randommäßig vergeben wurden das heißt, mit einem Faktor 1 bis 10 ja, das heißt, du konntest pro Satz, konntest du entweder einen Punkt kriegen oder wenn du Glück hattest 10 und der Kai hatte halt am Anfang Glück Scheiße Kann natürlich sein, wenn der Excel schreibt, Kai, dass der Bot ihm dann direkt 20 gibt pro Satz Ich weiß nicht genau Er hat mir nicht genau gesagt, wie es wie es gemacht mit dem weil du sagst, Emojikons sind kein Satz Ich weiß nicht genau, wie er es macht Also es kann schon sein, dass es als als getippter Satz zählt Weißt du, was ich meine? Also unabhängig vom Inhalt Ob du jetzt ein Wort schreibst oder ein Emo machst und dann den Aber was später kommt, ist, dass du für gewisse Emojikons kannst du Punkte vergeben Aber das komische ist, dass er das Punktesystem Das hat es ja heute drin, ich habe heute noch nicht gecheckt Du kannst ja gar nicht deine Punkte kontrollieren Ich habe dann zu ihm gesagt, das ist ja wohl Schwachsinn, wie ungerecht ist das denn? Es kann ja nicht sein, dass zwei Leute ein Wort schreiben Der eine kriegt einen Punkt und der andere zehn Punkte Der eine levelt hoch und der andere braucht zehnmal so lang Wo ist denn da die Gerechtigkeit? Das geht ja gar nicht Deswegen hat es jetzt wieder rausgenommen Hoffe ich doch Ich bin ehrlich, ich bekomme 50 genau Hier Ich glaube der Bot ist kaputt, kann er sein Ich glaube der geht gar nicht mehr im Moment Doch, da geht es doch Siehst du? Aber unsere Kommandos gehen nicht, oder? Täusche ich mich da Die Kommandos gehen da nicht Was soll das denn? Hallo? Wieso? Wieso? Ich weiß ja nicht, wo er den gehostet hat Ne, 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 Halt Nee, 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 nee. Der hat gar keine Datenbankabfrage. Excel, der hat gar keine Datenbankabfrage, sondern der nutzt die eigene Datenbank, der nutzt das, wann der Bot reinkam. Weil Trovo Trovo lässt gibt kein Access da drauf, weißt du? Also der Bot kann nicht die Echtdaten abfragen. Deswegen hab ich auch gesagt, dann würde ich doch eher lieber Follow-It rauslassen, weil das ist ja irreführend. Du folgst ja eigentlich, ist das seit wann du dem Bot folgst, weißt du? Ich mein, es ist ein bisschen doof. Er kann da ja auch nichts für, sondern das liegt ja da dran, dass Trovo die API da nicht auf die Daten zugreifen lässt. Habe ich jetzt vorne die mitgenommen oder nicht? vor lauter Laberei? Ja, ne? Ja, ne? für Datenschutz. Die Frage ist, wann sperrt Twitch das? Da war Mixer zum Beispiel transparente, weil da konntest du ja auch konntest du abfragen, wann du deinen Account gemacht hast und so weiter. Ich finde, man kann es auch übertreiben, weißt du? Also jetzt hier auf Trovo gesehen. So, Restriktionen da reinzuballern, finde ich immer ein bisschen albern. Shit. Ist ja jetzt nichts Schlimmes oder weltbewegendes. Ist ja eher eine Info, die ganz interessant ist für einen selbst oder auch, weiß nicht, was da dran geheim sein soll, um zu sehen, seit wann man auf einer Plattform ist oder seit wann man jemandem folgt oder so. Ist doch eher eine witzige, spaßige und sinnvolle Info. Ich will ja keinen Kontostand abfragen. Aber das hat eher damit zu tun, weil guck mal, die haben es ja noch nicht mal gebacken gekriegt, einen eigenen Bot. Wie lange das jetzt gedauert hat mit der API? Bis überhaupt jetzt mal funktionierende Bots überhaupt sich jemand damit beschäftigt hat. Das Problem, was Trovo hat, ist halt, dass sie irgendwie nicht in die Puschen kommen. Shit. Ja, das Problem hier ist, das Problem hier ist, die Leute erstellen auch nichts hierfür weiter, weil du gibst sämtliche Rechte ab. Also in dem Moment, wo du irgendwas programmierst für die Plattform, ein Bot, ein Add-on, was weiß ich, überträgst du denen sämtliche Rechte an deinem geistigen, also du hast dann kein Recht mehr da drauf, sondern du gibst das alles weiter an Trovo. Und da würde ich auch dann denken, okay, leck mich am Arsch, weißt du? Das ist dann verständlich, dass sich keiner drum kümmert. Da würde ich auch sagen, könnte mich mal am Arsch legen. Ja, eben, eben. Und auf Glimmisch, auf Glimmisch ist es ganz anders, das ist Open Source und da machen jetzt schon so viele Leute was für. Nein, zu schnell. Nein, aaaaaaah. Ja, eben, dann sollen sie auch selbst was machen, aber das kriegen sie ja nicht gebacken. Wollen, dass die Leute was machen und dann legen sie den so, ich meine, hallo, wenn es mein geistiges Eigentum ist, wer will mir denn dann verbieten, dass ich auch mal ein, zwei Cent daran verdiene, weißt du? Es ist immer ein zweiseitiges Schwert. Hallo, Laura, ja. Es ist immer ein zweiseitiges Schwert. Der Macher von dem Bot hier, von Botrix, der hat es jetzt zum Beispiel so gemacht, du siehst ja, dass der Bot nicht den eigenen Namen hat, wie ich ihn jetzt von den anderen Plattformen her kenne, sondern dass der Botrix heißt. Und er hat es jetzt so gemacht, als Geschäftsmodell, dass er im Prinzip die Leute, die die Premium haben, die das als Premium holen, die haben dann Features, wo sie zum Beispiel den Bot-Namen ändern können. Nur kostet das zwei Euro im Monat und ich bin kein Freund von von diesen Monatsmodellen. Hätte er jetzt gesagt, es kostet einmalig fünf Euro oder zehn, dann hätte ich gesagt, okay, da bin ich dabei, aber auf eine monatliche Basis möchte ich nichts machen. Das, da bin ich absolut kein Freund von. Hm. 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 Ninh. Hm. Okay. Boah, mit Tränen schon die Augen, Alter. Das Game ist super easy, mir schwirren als die Worte von dem Typ im Ohr. Das Game ist so super easy. Das ist brutal, ich sehe es ja im Stream, im Stream ist der Kontrast noch krasser. Das Game ist super easy. 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 Ich muss mich ganz schön darauf konzentrieren, dass ich nicht runter klatsche. Also vom Prinzip her ist es schon easy eigentlich, aber die Steuerung ist so sensibel. Ihr seht ja, wie ich alles dagegen steuere und alles korrigiere und das sind wirklich minimale Bewegungen. Gerade, dass das Licht von vorne kommt und nicht so, dass der Schatten direkt unter einen ist. Weißt du, er hätte jetzt das Licht ja auch von oben machen können. Sprich, wenn ich hoch hüpfe oder irgendwo hin hüpfe, dass ich sehe anhand des Schattens, wo ich lande. Das finde ich am allerschlimmsten. Ja. Hm. 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 Okay. Ja, das ist gut. Und jetzt ist es brutalstens hell. Also irgendwie mit der Feinabstimmung hat er es nicht so in dem Spiel. Und jetzt ist es so, dass wir die Feinabstimmung haben. Um, 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 um. Um, 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 um Vom Prinzip her geil, auch mit dieser Rasterung im Hintergrund, lenkt das Auge schön ab und so. Also vom Spielprinzip her geil. Aber dann hätte die Kugel wegen mir blau machen können oder irgendwas. Aber das ist doch scheiße. Wenn die Kugel komplett mit dem Hintergrund verschmilzt und ich überhaupt nicht sehe, wo ich gerade bin, da kann ich echt runter mit den Spendierhosen unsichtbare. Dann kann ich ja gleich mit einer durchsichtigen Kugel spielen. 1. 2. 6. 5. 7. 8. 7. 10. 10. 10. 11. 13. Um, 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 um. Um, 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 um ist sie chrom und reflektiert dann halt die Umgebung, weil manchmal siehst du die Lichtreflektionen, wie sich diese Strahlen drin brechen. Ab und zu siehst du das ganz klein. Es sollte wahrscheinlich besonders Leed sein. Hipster-konform. Dann hätte sie lieber matt gemacht. Aber na gut, er will halt was bieten und zeigen. Guck mal, ich habe die Lichtreflektion eingebaut. Guck mal, ich habe die Lichtreflektion. Ja, gerade hier, gell, du kommst auf das Feld und jetzt hier auf dem schwarzen Feld, muss ich mich, ich sehe es im Stream, im Stream ist die Kurbel so gut wie komplett weg. Hm. Wenn ich jetzt wüsste, wo es hier vorne lang ging. Ich will jetzt nicht komplett zurück. Ich will jetzt nicht komplett zurück. Shit. Das war natürlich ein langes Stück. Das dachte ich mir. Okay, dann lass es mal so probieren. Ja, genau. Ich will jetzt nicht komplett weg. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um kill the brain, wie sie es noch nennen um 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 Okay. Oh, okay. Bis zum nächsten Mal. Ach nee, ich sag nee zu Klee. Ach nee, ich sag nee, ich sag nee, ich sag nee. Ach 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 nee, ich sag nee. Manche Level sind doch merklich einfacher wie die anderen, ne? Also, merkt schon krassen Unterschied. Nein. Ach nee, ich sag nee, ich sag nee, ich sag nee. Ach nee, ich sag yes. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nein, was mache ich denn? Zu hastig. Ich brauche nicht jede verschissene Münze mitnehmen, oder? Die hier sind eh wichtiger wie die Münzen. Das Schlimme ist, die Kugel rollt weiter. Also die Kugel hört nicht auf zu rollen, wenn ich aufhören zu steuere. Die rollt mal schön gepflegt weiter. Das heißt, du musst dann erst wieder gegenlenken und ein bisschen abbremsen. Hey, Minato, na? Wie geht's dir? Guckt mal, der Minato ist da. Servus auf die Alma, lieber. Ich brauche nicht. Okay. Das war's. Hallo Maha, guck mal sind sie ja alle da, alle meine Brüder, Minato, Maha und die Schwester Kai, geil nachher PUBG bisschen Leute, hat jemand Lust nachher PUBG zu spielen? Also nicht mit mir, sondern generell, geil. PUBG forever. Danke. 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 Danke.